Oh, ich bin so frei Ich bin bereit für diese Galaxie Ihr seht aus Diffus-Magazin, mein Name ist Salwa Homsi und ich treffe mich in Berlin mit Maurice vom Bilderbuch. Servus, grüß dich. Schön, dass du da bist. Danke. Geht's dir gut? Du hast gerade gesagt, du bist ein bisschen müde. Ja, aber das ist ja auch ein gutes Gefühl. Man kann ja auch positiv müde sein, man muss ja nicht immer nur... Also nicht gelähmt von der Müdigkeit? Etwas gelähmt, aber schon auch am Leben. Ihr habt gerade eben das Video zu Let Go rausgekommen. Bist du jetzt so aufgeregt gerade und willst eigentlich die ganze Zeit auf dem Screen schauen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es das, was mich so ein bisschen betäubt, weil eigentlich ist es gerade vor einer Dreiviertelstunde rausgekommen und man kann nicht mal selber ein bisschen mitschauen, was passiert oder sich selber einmal reinziehen, nachdem es veröffentlicht wurde. Aber auch mal was Neues. Also man ist einfach abgeschottet davon. Liest du denn sonst auch immer alle Kommentare? Alle nicht, aber schon. Ich glaube, das tut fast jeder immer wieder mal so mal drüber zappen. Und die meisten sind ja dann trotzdem relativ positiv. Somit ist es noch nichts Negatives in dem Sinn. Es gibt ja echt ziemlich viel, wozu man auf jeden Fall gerade bei euch Kommentare schreiben können. Also zwei neue Alben, über die wir sprechen. Und deswegen möchte ich direkt mit der Frage beginnen, die sich wahrscheinlich die meisten von euch gestellt haben, als sie den Instagram-Post gesehen haben. In dem stand, es kommt Mea Kulpa und Vernissage My Heart. Wieso denn zwei Alben? Eigentlich eine ganz natürliche Entwicklung. Wir haben uns im Jahr 2018 einfach nichts wirklich, keine Grenzen gesetzt oder nicht wirklich eine Idee gehabt, was wir genau machen wollen, sondern einfach nur Musik. Und wir haben angefangen, sind dann auch nach Kroatien zwei Wochen lang in ein Haus gefahren, haben dort miteinander Musik gemacht und haben jeden Tag eigentlich irgendeine neue Idee gehabt. Also so Sounds entworfen, Liederideen, Textideen. Und am Schluss von diesem Urlaub waren dann echt so, da waren schon über so zehn oder zwölf Ideen da. Also Songideen, Demos und ein paar ältere, so drei, vier ältere. Und dann hast du eh schon so viele und dann sind noch zwei dazugekommen und irgendwann kommst du darauf so, wow, diesmal gibt es halt einfach viel zu viel Material. Man müsste also alles beschneiden, man müsste sozusagen ein super Album machen und irgendwie seine Babys killen. Aber wir haben weitergearbeitet und haben halt einfach irgendwann die Erkenntnis gehabt, naja, es ist irgendwie, irgendwie gefällt uns alles. Irgendwie wollen wir alles machen, wir wollen alles abdecken, was wir sind. Und wir haben uns, und das ist halt auch deswegen so unterschiedlich geworden, weil einfach auch die Songs mit unterschiedlichen Menschen passiert sind. Zum Beispiel Frisbee waren Mike und ich am Frühstückstisch. Taxi Taxi ist einmal Peter, der einfach nur alleine da sitzt und seinen Kaffee trinkt und einmal diesen Sünd macht. Und allein durch diese Diversität in einer echten Band, dass da verschiedene Leute miteinander arbeiten, passieren halt verschiedene Ideen, außer man sagt, das darf nicht passieren. Wenn du es zulässt, dann hast du halt auch verschiedene Ideen und die haben wir gehabt dann. Also ein Resultat aus sehr viel musikalischer Freiheit, die ihr euch erlaubt. Genau, man könnte auch kritisch sagen, ist es sinnvoll, sich so viel Freiheit zu geben? Oder ist es einfach nur wieder nur jugendlicher Übermut, sich viel zu viel Freiheit zu geben? Aber ich glaube, es hat uns gut getan in dem Moment, dass wir einfach wirklich sagen, wir wollen Musik machen. Wir sind halt Musiker und wir wollten mal Design so ein bisschen wegdenken und nicht nur immer etwas für etwas machen, sondern einfach Musik machen an sich. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum es so divers geworden ist. Man hat dann irgendwie einen Monat später, bin ich zu Hause gesessen und habe diese Liste vor mir gehabt und habe dann innerhalb von fünf Minuten einmal auf iTunes gewissermaßen das getrennt, einfach so links-rechts gezogen und habe genau die Tracklisten, die jetzt bei beiden Alben sind, einfach in fünf Minuten halt hingehauen und das ist dann geblieben. Ich habe es den Jungs gezeigt und gesagt, das sind, glaube ich, zwei Alben. Es macht so einfach mehr Sinn, anders müssen wir einen Song streichen und jeder war so, hey, cool, lass uns das so machen. Ja, dass ihr eine sehr freie Band seid in der Art, wie ihr eure Musik angeht, das hat euch ja auch schon immer ausgemacht. Trotzdem fällt einem mit den zwei Alben jetzt auf, dass ihr euch schon mal um einiges mehr frei gemacht habt. Also ihr habt innerhalb von einem kurzen Zeitumfang einfach so zwei Alben rausgehauen. Ihr macht irgendwie, worauf ihr Bock habt, was euch wichtig ist. Für das erste gab es nicht mehr Promo, es gab nur ein Musikvideo. Die Songstrukturen sind auch viel komplizierter geworden. Man hat das Gefühl, ihr fordert eure Hörer viel mehr. Und das alles, obwohl ja eigentlich 2019 in der Popindustrie gar nicht so wirklich der Zeitpunkt ist, wo es einfach ist, als Musiker rebellisch zu sein, wo alles so konform klingt und diesen Strukturen zu entbrechen, oder? Naja, es gibt wahrscheinlich genau zwei Meinungen und die gehen da wahrscheinlich mehr und mehr auseinander. Es gibt diese Single-Strategie, bringe immer nur einen Song und hoffentlich funktioniert der besser als alle anderen. Oder reiht sich immer nur hinten an. Also wenn du die Playlist hast, dass der zwölfte Song, also nach dem elften Song kommt der zwölfte Song. Im besten Fall fällt er nicht auf, weil er passt da rein. Und irgendwie ist das dann Erfolg, wenn man einfach nur Klicks kriegt anhand von nicht auffallen oder reinpassen in etwas. Und dann gibt es halt die andere Seite. Und ich glaube schon, dass die auch beackert wird von Künstlern, zu denen wir auch aufschauen. Ich glaube, ein Bonny wäre es zum Beispiel auch bewusst gewesen, dass die letzte Platte, die er gemacht hat, schon fordernd ist. Und dass die letzte Platte, die er gemacht hat, auch nicht so erfolgreich sein kann unter Umständen, kurzfristig. Kurzfristig. Wie zum Beispiel das, was er schon gemacht hat. Und er wird wahrscheinlich auch wieder aus dieser Aktion eine Reaktion haben, die vielleicht dann wieder poppiger ist. Ich glaube, du musst ihm mit deinem Gefühl nachgehen. Und unser Gefühl war, hey, uns geht eigentlich, uns geht Diversität ab. Es ist irgendwie so, man klickt auf die Neuerscheinungen am Freitag und man hat das Gefühl, man hat alles schon gehört. Und trotzdem ist irgendwie da und dort wieder mal ein Hit dabei und denkt sich, ja, das ist schon geiler als das andere. Aber es ist eigentlich nicht anders. Wieder mal was entdecken oder sich auf was einlassen. Es fällt immer schwerer. Und das war uns irgendwie wichtig, das irgendwie trotzdem passieren zu lassen. Zumindest anhand von uns. Auch so mit den zwei Alben, dass man nicht eine Entscheidung treffen muss, sondern dass beide Sachen existieren dürfen. Und dass man die auch beide konsumieren kann oder eben nicht. Also dass man da wieder ein bisschen mehr Offenheit schafft. Aber woher nimmt man sich denn den Mut, anders zu sein? Also vielleicht auch als Rat an junge Bands, die zu euch aufschauen? Ich glaube, wir haben es halt einfach zugelassen. Es ist ja nicht so, dass es ein Vorhaben ist. Ich glaube, wir sind sogar eher schlechter darin, uns zu wiederholen, als uns zu überraschen. Und ich glaube, andere Leute sind viel besser in dem, dass sie immer mehr vielleicht die Essenz rauskristallisieren, von was sie sind. Und wiederholen sich in dem, was sie tun und werden da vielleicht sogar besser. Wir sind eher so, dass wir immer der Meinung sind, was wir schon gemacht haben, brauchen wir nicht mehr machen. Wenn wir uns dabei ertappen, dass wir uns wiederholen, ist das eher so ein beschämendes Gefühl. Vielleicht wird das aber auch irgendwann aufhören. Aber bei der Platte ging es einfach trotzdem um, okay, das sind wir, aber was passiert, wenn wir einfach heute Musik machen? Was käme raus? Und das ist passiert. Aber fühlt ihr da auch manchmal so einen gewissen Druck, schon in das reinpassen zu müssen, was andere gerade machen? Oder dann doch jetzt irgendwie drei neue Hit-Singles zu veröffentlichen, damit es weitergehen kann? Ich glaube, es ist weniger der Druck während dem Machen, vielleicht die Ernüchterung, wenn dann sozusagen die Konfrontation, die endgültige stattfindet mit dem Publikum. Dass man das Gefühl hat, okay, das ist schon, man hängt denen da gerade schon wieder zehn Kilo Gepäck um in Musik und spielt denen jetzt nicht in die Karten. Und man checkt das erst dann, wenn man es sozusagen released hat oder wenn man dabei ist, es erst zu releasen. Aber beim Machen, ganz ehrlich, das ist so kindlich und so naiv, das ist herrlich, wenn man da einfach nicht anders denkt. Das ist doch das Schönste, was einem passieren kann, dass man das selber feiert oder dass man sagt, wow, okay, wir sind zwar nicht ganz dort, wo wir hinwollten, aber es ist zumindest die Idee da. Und die hat das Recht zu existieren, weil wir haben sie erschaffen. Und natürlich gibt es dann einmal so einen Aha-Effekt, wenn was besser funktioniert, denkst du dir so, wow. Und wenn was nicht so gut funktioniert, denkst du, okay, die Leute, kein Wunder, dass es ihnen nicht gefällt. Das ist ja auch dabei, dass man das Gefühl hat, ja, wem wundert es denn? Das ist ja auch wirklich anstrengend oder es ist ja auch wirklich neu. Und das kann ja auch nicht jeder verstehen. Mein Vater wird Lieder hören von uns und wird sich denken so, okay, das verstehe ich nicht. Und wenn es dann vielleicht eine Million Leute gut finden, dann wird er sagen, das war immer schon geil, ich habe es gewusst. Das ist ja bei Musik öfter mal so. Ja, ja, voll. Ja, du hast es gerade schon gesagt, ihr habt schon einige Songs auf beiden Alben, die überhaupt nicht so klassischen Songstrukturen entsprechen, die gar nicht wirklich greifbar sind. Wie kam das dazu? Ich glaube, dass das schon auch vom Hip-Hop kommt. Also dieses, wenn du nicht die Möglichkeit hast, jede Strophe durch ein Feature zu ersetzen, so als Sänger vor allem, dann, weil wenn ich sage, okay, ich mache die erste Strophe, die zweite Strophe macht eine Gymnasium, die dritte macht Travis Scott. Wäre auch geil mit Liederbuch. Ja, wäre super cool. Aber der Punkt ist, wenn du diese Möglichkeit einfach nicht nutzt oder nicht hast, weil wir könnten schon ein paar Features provozieren und könnten das irgendwie machen. Aber es ist eigentlich spannend, was passiert, wenn du sagst, du selbst bist ein eigener Gast, du selbst bist eine eigene Interpretation, jede Strophe lang. Und dadurch passiert einfach nicht die reine Wiederholung, sondern dass zum Beispiel bei Taxi-Taxi die erste Strophe eine Strophe ist, die zweite dann eigentlich wie ein Feature fungiert, dass einfach eine neue Linie kommt und wieder eine neue Linie. So als würden Migos halt die dritte Strophe machen oder sowas. Einfach dieses Songwriting, du hast zwar eine Hook, aber du hast, die Strophen sind unabhängiger denn je. Ich glaube, das hat so ein bisschen der Hip-Hop trotzdem bei uns hinterlassen. Das ist das, was man immer bezeichnet als weg von diesen traditionellen Songstrukturen. Währenddessen muss man mal moderne Musik hören, die hat ja auch nicht nur traditionelle Songstrukturen, das ist nur eine andere Art und Weise von Musik. Wenn eine Band aber so eine Musik macht, dann wirkt es so abnormal, weil man von einer Band auch gewohnt ist oder von so Pop-Artists, dass sie halt mehr in der Wiederholung zu Hause sind. Zumindest jetzt, in den 70ern oder so war es eh nicht nur so. Es ist ja schon auch so, dass 2019 nicht wirklich das Jahr ist der Bands. Glaubst du, dass das ein Grund ist, woran das liegen könnte? Ja, es ist schon von Hause aus nicht das Jahrzehnt der Bands oder einfach Social Media ist nicht banddienlich. Es ist, wir sind halt vier Menschen, die existieren und einen Eigensinn haben. Man könnte jetzt rein theoretisch jedem einen Instagram-Account geben und sagen, bitte macht alle was. Und wer am erfolgreichsten ist, der kriegt einen Orden. Aber der Punkt ist, wir sind in einer Band. Ich könnte jetzt schon umgehen und die ganze Zeit Mike verfolgen und ihm fotografieren, wie er irgendwas macht oder so oder filmen. Aber ich fände es belastend. Es würde unser Biotop-Band einfach belasten. So ein Fremdkörper, wie so eine Giftspritze, die da drinnen ist und die ganze Zeit alles angespannt macht. Weil du bist angespannt. Bist du beobachtet, wirst du beobachtet, wirst du auf Dauer angespannt sein. Das heißt, das haben wir ein bisschen verbannt. Und das ist auch der Nachteil einer Band. Du kannst nicht immer nur selbst entscheiden, was du präsentierst, wie du es präsentierst, weil es einfach komplizierter ist. Auf ein Selfie passen halt schwer vier Leute. Und vor allem nicht jedes Mal. Und das ist halt einfach eine Grunddynamik, die das Social Media uns vorgibt, wo eine Band echt schwieriger ist zum sich inszenieren als vielleicht ein Einzelner. Ihr macht ja jetzt als Band schon seit 13 Jahren gemeinsam Musik, richtig? Wie erlebst du das denn wahr, in diesem Kontext Bilderbuch in der Popindustrie älter zu werden? In der Popindustrie? Das ist ja auch eine spannende Frage. Die letzten beiden Alben sind auf eine Art und Weise wahrscheinlich sogar wieder mehr Indie-Alternative als zum Beispiel vielleicht schon davor, teilweise wir im Pop verhangen waren. Weil das ja nicht nur die Künstler bestimmen, was Pop ist, sondern auch die Medien, das Medium, mit dem konsumiert wird, was Pop ist. Wenn das weniger redaktionell ist, wird der Pop, der gerade noch wie in den 80ern gerade geil war, Beyoncé und so weiter und so fort, das geht langsam wieder bergab. Weil ja, weil diese glorreichen Zeiten des richtig guten Pops gerade irgendwie konkurrieren mit relativ viel Wegwerfprodukten. So, einmal, bam, voll geil, zack, nie wieder. Das ist gerade das, und das feiert man auch und das ist auch irgendwie so, ja, Stock, Stock Musik oder sowas. Und auf der anderen Seite hast du dann diesen Charakteransatz. Der dann, ist der dann Pop oder ist der dann eigentlich schon der Gegenentwurf wieder? Ist das schon der Ansatz, also ist das so der Anfang von einer neuen Definition von, was darf Musik sein und wie nicht poppig darf sie sein, um trotzdem erfolgreich zu sein? Also das ist schon ein schmaler Grad. Ohne, dass sie vielleicht, dass ein Popkünstler gleichzeitig ein Social-Media-Künstler sein muss. Also sozusagen ein Medienkünstler auf breiterer Art und Weise. Und ihr habt euch einfach entschieden, euch davon frei zu machen? Bitter mehr, es ist viel geiler wieder, wenn du merkst, hey, du machst das seit 13, 14 Jahren und du merkst, ich bin Musiker. Alter, ich habe die geilste Band, die es nur gibt. Ich will Musik machen. Ich will mich eigentlich nicht aufhalten mit dem, jeden Tag drei Stunden darüber nachzudenken, wie ich mich präsentiere. Ich will darüber nachdenken, welchen geilen Song ich noch machen kann, was der neue Spirit sein kann. Eigentlich müssten wir noch viel mehr im Proberaum stehen, theoretisch. Und das sind Sachen, die mich eigentlich interessieren. Aber vielleicht ist das ja dann auch der einzige Weg, um wirklich auch in 20 Jahren noch Musik machen zu können. Im Vergleich zu diesen One-Hit-Wandern, wie wir sie gerade in vielen Spotify dieser Apple-Playlisten finden. Hundertprozentig. Außerdem wirst du ja auch mürber. Du kannst nicht permanent dein Pferd ins Rennen schicken, sondern musst eigentlich dich selber anschauen und musst das versuchen, irgendwie mit dir in Einklang zu bringen. Und das kannst du dann auch mit einem ganz anderen Bewusstsein nach außen stellen. Weil es steht und fällt damit nicht ein, es ist kein Poker-Game oder kein Einsatz, kein Wetteinsatz, den du da reinhaust. Sondern was wir da machen ist, wir geben im besten Fall einfach unsere Gefühle oder unsere verrückten Ideen ein bisschen nach außen. Es ist auch nicht mehr. Wir sind einfach vier Jungs, die irgendwelche komischen Ideen haben, die halt irgendwas machen. Und wir machen es halt komplett selbst. Das macht es schon so komisch anders oder so eigen, dass es an sich immer strange wirkt wahrscheinlich. Wenn wir jetzt vom Älterwerden sprechen, spulen wir mal 20 Jahre vor. Es ist 2040 und jemand fragt sich, ey, was für ein Gefühl, auch weltpolitisch, aber in dir selbst, hattest du 2018, 19? Wie würdest du diese Bestandsaufnahme ausformulieren? Ich glaube, weltpolitisch wäre zu hoch gegriffen. Vor allem begreift man das erst wieder, wenn ein paar Jahre vergangen sind, glaube ich. Das wäre zu blöd, das jetzt zu formulieren, glaube ich. Ich könnte es nicht. Aber was schon klar ist, dass ein Paradigmenwechsel stattfindet, zum Beispiel auch in der Romantik. Was ist romantisch? Ist es romantisch, ein schwarzes Display zu haben? Oder das ist das Zentrum, das ist die Hauptmetapher für allein zu sein? Oder ist es immer noch der Blick aus dem Fenster und es rieselt der Tropfenregen dran runter und es ist wie Tränen? Nein, es ist nicht mehr so. Also Leute verwenden es immer noch. Diese ganz klassischen, vorgelebten, romantischen Bilder, Archetypen sozusagen. Und denen müssen wir arbeiten, dass wir die austauschen an dieser neuen Liebe, an diesen neuen Sachen. Eben sei es online sein oder nicht online sein. Sei es solche Spielereien, dass man die einbettet in einen klassischen Kontext. In einen Kontext, der auch irgendwo ein bisschen poetisch ist, der nicht nur so flach auf YOLO daherkommt. Sodass man sagt, Hauptsache es ist halt irgendwie gelebt und getrauert in einer Sekunde. Im nächsten Moment ist eigentlich alles Ding. Sondern umspielt. Man umspielt diese Begriffe. Man nimmt sie ernst. Man gibt. Es ist so, jetzt gerade findet bei vielen Leuten noch das statt, dass wenn sie das Wort Display hören, dann glauben sie sofort, das ist Trash. Ah, das ist Internet, das ist Cloud Rap. Uh, das ist so blödsinnig. Das ist so schwachmatisch gedacht einfach, weil das ist ja nur eine Art und Weise, wir müssen uns neue Begriffe, wir müssen die Begriffe anerkennen, wir müssen die Zeit anerkennen, in der wir leben. Und mit denen müssen wir arbeiten. Wir sind Beobachter. Ein Künstler muss ein Beobachter sein. Und das passiert doch gerade. Ja, ich frage deswegen, wie du das formulieren würdest, weil ich das Gefühl hatte, man könnte als Antwort auf diese Frage in 20 Jahren auch einfach diese zwei Alben zeigen und sagen, hier, schau mal, das ist das Mindstate 2019 gewesen. Natürlich wäre das eine Traumvorstellung, würde man Bilderbuchalben dafür herziehen. Aber klar, also mir ist schon wichtig oder uns ist wichtig, dass wir einen Kommentar abgeben zu der Zeit, in der wir leben. Ich glaube, gute Popmusik oder Popmusik an sich, die ist immer ein bisschen ein Spiegel oder ein Kommentar. Also es gibt den Spiegel, das ist eher so, sowas wie Gabalier oder Helene Fischer, das ist auch ein Spiegel. Oder Cloudrap an sich ist ja auch ein Spiegel einer Generation zum Beispiel. Aber es gibt dann auch so Sachen wie, keine Ahnung, wie Blur oder Gorillaz, die versuchen dann einen Kommentar abzugeben. Oder, also das gute Popmusik kann auch ein Kommentar sein. Und ich glaube, das macht mir auch Spaß, dass ich sage, es muss irgendwie im Jetzt verhangen sein. Das ist natürlich, wenn es gelingt, mega gut. Das ist schon ein Wille dazu da. Ihr habt einen Song auf Venisage My Heart, der heißt Europa 22. Warum ist denn Europa für euch ein wichtiges Thema? Weil, du musst dir vorstellen, ich bin jetzt 30 geworden gerade und dir wird einfach bewusst, was ist dein Erbe? Also man denkt zum ersten Mal drüber immer mehr und immer mehr nach, eh schon die letzten Jahre. Aber es war mir nie klar, wie soll ich damit umgehen mit einer vermeintlichen Verantwortung als Künstler? Oder habe ich die Verantwortung nicht und muss eigentlich frei von dieser sein? Muss ich aware sein? Muss ich alles am Schirm haben? Muss ich sozusagen wissen, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf? Und dann ist aber trotzdem ein Moment gekommen, wo ich mir dachte, so, und jetzt könnte ich rein theoretisch, wenn es irgendwie geht, und ich habe es immer wieder probiert, einen unprätentiösen Song machen, der gleichzeitig politisch ist, aber der in erster Linie Hoffnung verkörpert und ein gewisses Bewusstwerden behandelt. Nämlich das Bewusstwerden an Vorteilen, an unserer Generation. Ich finde, Europa ist so leihwand noch. Und es ist so super. Und der Song verkörpert einfach nur dieses Augen aufmachen, dieses Aufwachen und zu sagen, hey, das ist gut und ich will mir das behalten. Und ich muss, und es ist nicht nur immer ein negativ, ein positiv, sondern es geht auch um ein bewusstes Ja zu den schönen Dingen. Also der Kapitalismus ist sozusagen der Nebeneffekt oder dieses unglaubliche Problem, was wir da haben mit der Schere und alles drum und dran, ist der Nebeneffekt, der negative Nebeneffekt von diesem ganz positiven Europa-Gedanke. Und man muss das nur wieder ein bisschen zueinander bringen. Aber im Grunde, das eine, was so negativ wiegt und vielleicht stigmatisiert wird von so vielen Leuten, muss man einfach auch das andere wieder mal betonen, diese Freiheiten, die man hat. Dieses, was in dem Song ja auch vorkommt, ein ziemlich harter Satz, wie ich finde, eine Freiheit nicht zu denken, eine Freedom zu verschenken oder ein Leben ohne Grenzen. Das sind diese drei Sätze, die für mich das einfach, ich weiß nicht, die lösen in mir was aus. Das reicht mir eigentlich schon und der Rest, das können eh die Leute damit machen. Wenn für dich Europa ein Leben ohne Grenzen ist, fürchtest du dann auch, dass das irgendwann nicht mehr so existiert als das Europa, wie wir es jetzt kennen? Natürlich, das ist auch der Grund, warum man so ein Lied macht. Klar, weil man ja auf eine sehr schöne Art und Weise, auf eine sehr friedliche Art und Weise, positiven Vibe streuen möchte. Man möchte das betonen, man möchte daran erinnern, dass das alles, dass das hymnisch sein kann, ohne auszuschließen. Dass das ein Wir-Gefühl entsteht, aber nicht auf dem Betonen von, wir haben den Mont Blanc und wir haben den so und so. Also nicht so, dass man wieder objektifiziert so, sondern dass man sagt, hey, der reine Gedanke daran, diese Fiktion von Europa, die ist das Investment. Das kommt ja auch in dem Song, Mein Investment Fiction, Niemand hält mich auf, dass du es nicht festmachen kannst, dass diese Idee von dem Ganzen das Gegenteil ist, von dem, mit dem wir uns die ganze Zeit sozusagen runter, wo wir uns soma-mäßig beruhigen, dass wir halt einfach dann eben zu selten an das denken, was das Geistige ist daran. Ist für dich denn jetzt der Brexit der Anfang vom Ende von Europa? Nein, ich würde nicht sagen, dass das das Ende ist. Das ist auf jeden Fall eine scheiß Aufgabe für Europa. Aber das sind diese zwei Tage, die, glaube ich, im Leben von unserer Generation, sage ich mal, diese Trump-Wahl und auch der Brexit, dieses Aufwachen und das Wahlergebnis lesen, das waren schon krasse Moves. Und man hat auf einmal gemerkt, so, hey, das, was wir da haben, ist nicht selbstverständlich. Und das muss man so ein bisschen schauen, dass man das pflegt. Und pflegen meine ich wirklich pflegen, indem man ein bisschen Creme aufträgt. Und nicht, dass man sich die Hand abhackt. Also im Sinne von, auch da, es gibt ja auch, egal auf welcher Seite, extrem sein ist schwierig, weil das eine nur das andere fördert. Und das wird irgendwann wirklich zu einer Energie, die nicht mehr gut ist, die nichts Gutes tun kann. Deswegen bin ich da ein bisschen so, auf wenn ich überhaupt nicht katholisch bin, aber Nächstenliebe unserer Sachen. Das ist schon ein geiles Prinzip von der Idee her. Wenn du von dieser Pflege sprichst, du singst auch, manchmal da fühle ich die Welt, sie braucht mich. Sind das diese Momente, wo du dann dir denkst, okay, vielleicht muss man doch irgendwas tun? Ja, es ist halt, weil ich habe Gefühle, trifft es halt genau dieses Ding, dieses, wo ich mich selber ertappt habe, auch durch vielleicht das Social Media konsumieren. Es gibt so Tage, wo man sich nicht mehr fühlt, wo man den Wind nicht mehr spürt im Gesicht. Und wo man mit seinem Moped durch Wien fährt. Das ist ein wunderschöner Tag, aber du spürst dich nicht mehr. Du bist nicht da. Und dieser Song handelt eigentlich davon, dass du dann, wie geht der Text schnell im Refrain, manchmal da fühle ich diese Welt, sie braucht mich. Die meiste Zeit, da fühle ich überhaupt nichts. Und das kannst du natürlich jetzt auf eine Verantwortung umlegen. Du kannst sagen, okay, bin ich noch für was da? Für was bin ich denn da? Fühle ich mich noch? Kann ich etwas leisten? Oder reicht es schon eigentlich nur etwas zu fühlen? Ein Gefühl zu haben? Weil wenn ich das nicht habe, dieses echte Gefühl, ein positives Gefühl, nicht einen Groll, das ist eigentlich schon ziemlich gut. Also das ist die Basis, auf der du eigentlich ein sehr gutes Leben und ein sehr friedvolles Leben in deiner Gesellschaft führen kannst, solange du gefühlvoll durch die Welt gehst. Wenn du trotzdem auch von dieser Verantwortung sprichst, die du meinst, die du jetzt auch umso mehr fühlst, seit du 30 bist, hast du da auch manchmal das Bedürfnis, irgendwie aktiv zu werden? Oder ist es dann die Musik am Ende durch diese aktive? Ja, ich glaube, dass wir schon so, dass wir, ich sage jetzt nicht genug aktiv sind, weil da könnte jetzt jeder sagen, der mehr tut, kann sagen, na, genug ist das noch lange nicht. Und das auch okay, weil jeder hat sein Level, wo er was beitragen kann und wo er nicht mehr beitragen kann, weil es einfach für ihn nicht vorstellbar ist überhaupt und so. Aber ich glaube schon, mit der Musik, die wir machen, tragen wir schon irgendwas Positives bei in dieser Welt. Was das genau ist, das kann ich auch nicht sagen. Und wir verwehren uns ja nicht grundsätzlich jeden Inhalt der Stellung bezieht. Wir haben auch bei der letzten Platte schon, keine Ahnung, so ein Satz wie an der Grenze, keine Admiral nah. Wir haben irgendwelche Sachen drin, die Leute rezipieren nur nicht die Lieder. Sie würden rein theoretisch, und das stört mich auch in unserer Zeit extrem, dass die Leute, du machst einen Song, du schreibst was in einen Song rein, du machst was absolut endgültig, für immer, während, und darauf zeichnen, ich bin ein bisschen nihilistisch, also für die nächsten 10, 20 Jahre während, hast du, machst du was fix und schreibst es in dein, wirklich in dein Herz hinein, in einen Song, versus, du machst einen Facebook-Post, wo was drinsteht, was extrem realpolitisch ist, wo ich mir die Frage stelle, was ist eigentlich mehr sinnvoll, wo liegt der Zweck des Künstlers oder des Ganzen, und die Leute rezipieren einen Facebook-Post als, schau her, der macht was, richtig krass, und wenn der Mensch da in den Song wirklich einen Satz reinschreibt, dann hört man nur immer, Bilderbuch ist keine politische Band, keine politische Band, das ist da da, Bullshit, das ist Bullshit. Werdet ihr wirklich als nicht politische Band bezeichnen? Ja, immer wieder, es gibt diesen schlechten Musikjournalismus, der einfach irgendwann einmal, irgendeinen lustigen Satz von uns hört, was es ja auch gibt, es ist plakativ, und es ist übertrieben, und es ist überzogen, und es ist auch da, es ist ja nicht wegzuleugnen, es ist ja ein Prozentteil davon, nur im Großen und Ganzen, kann man nicht sagen, dass es nur da da ist, und die Leute überlesen gern mal Inhalte, und Leute tun auch teilweise Inhalte zu hoch, stilisieren es auch, passiert natürlich auch, aber das da merke ich nur so, bezüglich Aktivwerden, in Songs, aktivwerden, ist doch egal. In so Teilen wie, ich glaube an dein Leben, nicht auf dieser Welt, bekommt man dann trotzdem ein bisschen das Gefühl, dass es dabei nicht mehr nur noch um Europa geht, sondern auch um Themen, oder ein gesamtes Gefühl, die vielleicht nicht so ganz so nah an uns dran sind, wie UK. Ja, ja. Ist das so? Das ist ja das Schöne, dass man diesen Satz in zwei Richtungen lesen kann, eben du hast diesen Eskapismus, der schon im Funk, in den 70er Jahren da war, so P-Funk, so, wenn alles auf der Welt scheiße ist, dann hilft es nur mehr noch, zu den Sternen zu schauen, oder hoffentlich kommen die Aliens, und bringen uns die Liebe, oder wir fahren hinauf, und fangen dort ein neues Leben an. Oder eben, man sagt es ganz melancholisch, ich glaube an dein Leben, aber nicht auf dieser Welt, also dass es eben nicht möglich ist. Ist es möglich, ist es nicht möglich, oder ist es eigentlich, man glaubt an ein Leben, und das ist nicht nur diese Welt, sondern es ist überall, also sehr geistig wieder. Von dem her, das hat ja auch diese Taxi-Taxi-Strophe, dieses Zerrissene, sich nicht festlegen wollen, auf ein Gefühl, auf das Positive oder auf das Negative. Ich glaube, das ist mir allgemein ein Anliegen gewesen, weil ich habe gemerkt, dass Leute immer härter irgendwelchen Ideen nachlaufen, egal welche, ihren eigenen und so schwer zu bewegen sind, einfach nur wieder mehr fließend zu diskutieren. Und genau das ist es, es ist duale, dass nichts so ganz klar ist, auch im Gefühlten, das ist wichtig. Du singst ja auch, frei sein heißt alleine sein, Liebe ist the place to be. Also, vielleicht habe ich es auch falsch gedeutet, aber bedeutet das jetzt, dass Liebe und Freiheit eigentlich oder zumindest in einer Partnerschaft gar nicht kompatibel miteinander ist? Naja, ich finde, das zeichnet für mich auch so ein bisschen das Gefühl ab, dass das frei sein wollen, also der ganze Refrain ist, oh, ich bin so frei, doch frei heißt auch alleine sein. Das ist ja auch, jeder wünscht sich, so absolut frei zu sein, jede Entscheidung für sich zu treffen, sein, unglaublich individuell zu sein, obwohl wir es gar nicht sind. Und trotzdem ist Liebe the place to be, doch frei heißt auch alleine sein. und das Wünschen, Liebe is the place to be, das ist dann eher der Wunsch. Zuerst die Feststellung und dann der Wunsch, wo man hin will, wo man hin sollte. Also muss man gar nicht einen Zusammenhang miteinander sehen. Muss man nicht als Schlussfolgerung sehen, sondern man kann es schon auch so ein bisschen als inneren Zwist haben, weil ich will auch frei sein, Alter, ich will alles erleben, ich will, am besten will ich in jedes Land gereist sein und möchte jeden Wein trinken und würde am liebsten, hey, ich würde auch am liebsten jeder Frau einen Kuss geben. Verstehst du? Aber der Punkt ist, dieses Wollen zur absoluten Freiheit, der freien Liebe und alles, ist auch eins zu eins, die Schattenseite mit der Medaille ist halt auch alleine sein. Es ist halt, du kannst dir nicht wünschen, in jedem Aspekt frei zu sein, ohne die Kehrseite des Alleinseins mitzudenken. Und trotzdem bleibt die Konklusio, Liebe ist the place to be, weil das ist trotzdem ein Heilmittel gewissermaßen gegen dieses Wollen des Freiseins, gegen dieses unglaubliche Streben nach Ideen, die eigentlich gar nicht so menschlich sind, also im klassischen Sinne, sondern sehr gemacht sind, wahrscheinlich. Ich bin selber, ich würde, wie gesagt, ich bin ein Victim und das ist ja gut und gerne, aber ich glaube halt, dass das vielleicht helfen könnte, die Idee daran. Ich finde auf jeden Fall auch sehr spannend, dass durch die musikalische Freiheit die Art, wie ihr eure Cover gestaltet, dadurch, dass du es im Inhaltlichen thematisierst, ist Freiheit auf jeden Fall eines der wichtigsten Themen, vor allem bei Vernissage My Heart, bei euren neuen Stücken geworden. Und auf dem Cover ist auch ein Zitat zu finden, da steht, you find yourself in a magical land to perform as many deeds of kindness as possible. Vielleicht kannst du das nochmal entschlüsseln. Das sagt auch ihr alles, Ich habe das gelesen bei dem Künstler, der das gemacht hat, Mafia Tabak und er hat diesen Satz schon auf ein früheres Werk geschrieben und ich habe dadurch, durch dieses frühere Werk, habe ich gesagt, du musst das Cover machen. Allein dieser Satz, der hat mich so anfixt und ich wollte ihn unbedingt irgendwie haben. Ich wollte ihn einfach haben auf dem Cover, weil er, weil er finde ich so schön, dieses naive Gefühl am Punkt bringt, das was wir da jetzt seit ungefähr 20 Minuten diskutieren, genau das nämlich. Natürlich ist es, ist es unglaublich flach zu sagen, hey, gute Taten und check, dass du in einem Magical Wonderland bist und arbeite daran weiter. Aber es ist eben genau dieses, dieses Gefühl, dass das so, in mir zum Beispiel sowas ausgelöst hat, weil man dachte, okay, genau das ist es, genau das möchte ich. Einer der Songs auf dem Album heißt, ich habe Gefühle und losgelöst von dem, wo es da inhaltlich drauf geht, ist dieser Satz, von einem Mann kommt, natürlich auch ein krasses Statement. Bewusst? Ja, aber seit Boys Don't Cry oder wie die Nummer von The Cure heißt, würde ich sagen, die haben da schon gute Vorarbeit geleistet oder Prints. Ich würde sagen, es ist gar nicht so ein gendermäßiges Statement, also so fühle ich mich nicht. Vielleicht gibt es noch Männer, die Probleme haben, Gefühle zu zeigen, aber ich habe das Glück, von Männern umgeben zu sein, die mehr und mehr auch Gefühle zeigen können, sage ich jetzt mal ganz positiv und das kann ich nur jedem weitergeben, dass er hoffentlich kein Problem draus macht. Ich glaube aber allgemein, jetzt mal weg von Gefühle zu zeigen, abgesehen von Gender, das ist eigentlich eher das Spannende, was mich eher interessiert hat, eben in einer sehr digitalen Welt auf einmal wieder zu fühlen und die Idee ist größer, finde ich, als jetzt zu sagen, für uns Männer, obwohl das natürlich bei mir auch immer eine Rolle spielt, dass ich mir da auf jeden Fall nix scheiße, dass ich als Mann irgendwie da zwei Meter weiter in einer Gefühlswelt hineingehe, als vielleicht der Otto-Normal-Verbraucher. Ich meine nur die Art, wie du dich als Mann gibst, da bist du ja schon in einer sehr luxuriösen Position, dass du das einfach so machst, ohne darunter leiden zu müssen. Woher kommt dieses Selbstbewusstsein? Ich glaube, das hat mir mit unter die Bühne eingeflößt und ich habe da letztens drüber nachgedacht, es könnte auch sein, ich bin halt von einer Frau großgezogen worden, mehr oder weniger, somit war, das war meine Mutter und meine beste Freundin und die hat halt einfach, es hat halt einfach einen anderen Vibe, also nicht so eine klassische Familie, wenn du mit elf in die Pubertät kommst und ein Trennungskind hat, das macht sicher einen Unterschied, kombiniert mit dem, wenn du seit 15, 16 Jahren vom Alter her auf der Bühne stehst, dann merkst du halt, welche Energien ziehen dich an und wenn du den natürlichen Energien nachgehst, dann merkst du, okay, es gibt auch in jeder, also es gibt eine weibliche und eine männliche Energie in der Performance und auch in einer Dramaturgie und es gibt, es ist einfach, man könnte das sagen, das ist so ein gefühlter, fließender Prozess. Es schließt das eine nie das andere aus und es ist das eine immer bedingt auch 100% das andere. Es ist so und ich habe da nie, ich habe das immer schön gefunden zwischen diesen Welten zu changieren. Mich hat es immer gelangweilt, wenn ich etwas gesehen habe, was so klar ein Ding war. Das ist zum Beispiel Taylor Swift, das ist ein Ding, so boom, also meiner Außenwahrnehmung oder seien es so veraltete, Ray Garvey, das ist ein Mann, bam, das ist ein Mann, hat zwar lange Haare, aber es ist ein Rocker. Und das ist halt, da gibt es für mich keine Reibung, in irgendwelche Richtungen und auch keine Freiheit, weil es fängt schon in der Bewegung an, wenn du auf die Bühne gehst und irgendwann merkst du, okay, sich die Freiheit darzunehmen, sich zu bewegen, wie man sich bewegen will oder wie man sich zufällig bewegen täte, wenn man das nicht einstudiert, sondern wenn man einfach nur tut, dann kommt eh schon ein bisschen was raus, was eine Mixtur aus allen Dingen ist, weil Einflüsse weiterentwickelt. Und ich habe halt einfach Pop konsumiert, seit ich geboren wurde und das war halt einfach sehr weiblicher Pop und es war wahrscheinlich auch männlicher Pop dabei und ich habe halt irgendwie mir meine Sachen rausgezogen, die mich am meisten bewegt haben. Würdest du trotzdem sagen, Männlichkeit braucht eine Revolution? Eine Revolution. Revolution ist ein großes Wort. Revolution. Ich glaube, Fakt ist, dass sich was ändern wird, muss und es sich schon tut. Also schon eine Zeit lang. Die Frage ist, wie schnell und wo setzt man an? Also wo ändert sich weniger? Also sowas wie, dass man politisch immer noch keine Lohngleichheit hat und so Sachen, das ist einfach absurd. Also das ist so, das Wort, dann ist es ja auch so eher eine Frage von, in welchen Kreisen du dich bewegst, ob du am Land, zum Beispiel in Österreich, ist sicher, die Unterschiede sind sicher noch größer als in den Kreisen, in denen ich mich bewege oder du dich bewegst. Mir fällt es noch so, hier in deinem Leben in Kontakt mit, wie man es so gerne toxischer Männlichkeit nennt. Doch, hundertprozentig, hundertprozentig auch als Mann. Also es ist ja auch was, was nicht nur gegen Frauen arbeitet, sondern vor allem auch gegen Männer. Ich zum Beispiel, vielleicht ist das, nicht, dass das irgendwie sexistisch rüberkommt, aber ich arbeite unglaublich gerne auch mit Frauen zusammen, rein aus Prinzip, weil ich einfach das unglaublich schätze, diese Energien, also da das auch komplett gleich zu halten. Genauso gibt es einfach Männer in, aber ich halte das ziemlich gleich und ich liebe es zum Beispiel jetzt das letzte Video einer Regisseurin, großartig, wirklich, es ist einfach herrlich, wirklich so, und da gibt es nie das, wenn Männer, zu viele Männer auf einen Haufen bicken und kreativ sind, dann kann es auch gleich immer so ein brunftartiges Herr, Herr, Herr werden und dann, das war mir immer schon ein bisschen zu wider, weil dann kippt auf einmal dieses, eine gute Idee ins Geschmacklose und wird zu, zu lustig oder zu, auch zu ernst. Also, und Frauen haben, haben, und das will ich nicht verallgemeinern, weil das soll ja nicht, das ist immer so gefährlich, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass die schön zwischen den Seilen lesen können, dass sie Sachen sehen, die andere nicht sehen, mit denen ich gearbeitet habe und das hat mich immer wo getroffen, das hat mich immer berührt, weil ich mich verstanden gefühlt habe, dass ich sehr selten von Männern wiederbekommen habe, ein Gefühl, nämlich ein anderes Verständnis für Kunst oder für das, für Ausdruck und für, was bedeutet Sex in der Musik, was bedeutet Sex in einem Musikvideo, in einem Bild, es gibt nicht nur immer, also, weil da die Blicke ein bisschen auseinander gehen, da wird es aber extrem psychologisch, ich meine nur, weil wir diesen Punkt Revolution hatten, ich glaube, dass es dafür auch immer sehr wichtig ist, dass es Vorbilder gibt, um eine junge Generation auch zu ermutigen und wenn du dir mal die deutsche Pop und vor allem Rap-Landschaft anschaust, deutschsprachige, wie viele Vorbilder gibt es denn, die mit diesem Männlichkeitsbild spielen, die da experimentell sind und die zeigen, dass es eben nicht nur hart und stark sein muss. Klar. Deswegen glaube ich, dass es dich schon betrifft, weil es junge Männer betrifft, die eure Musik eventuell hören. Voll, also wir haben ja das bei Bilderbuch und tendenziell statistisch gesehen, werden wir nicht von Männern gehört unter 18 Jahren, weil die noch Probleme mit ihrer Sexualität haben, die packen es halt nicht, wie ich bin oder wie wir sind. Die müssen erst älter werden, müssen mal drüber wegkommen, dass es sowas auch gibt und sowas cool ist. Das ist wirklich krass, es ist einfach so. Also die haben mega Probleme mit uns und das ist reiner sexueller Natur. Sehr witzig. Das ist sehr witzig. Aber es ist wirklich so, man kann das halt einfach sehr gut nachlesen auf Instagram oder auf Facebook, was da so passiert. Trotzdem, ja, du hast recht, es ist eine Doppelmoral da und die ist vor allem auch in der Musik zu sehen. Wir sind relativ verkorkst auf eine Art und Weise, habe ich das Gefühl, alle miteinander, weil wir wünschen uns was, wir leben eine, oder wir denken eine Freiheit, eine sexuelle, aber sind nicht fähig, ihr gerecht zu werden. Aus verschiedensten repräsentativen Gründen, glaube ich, weil jeder sich eigentlich nicht gut genug ist und weil wir eigentlich alle einen Wettkampf laufen. Somit ist es sehr schwer, sich einfach zu öffnen. Auch nur für jeden. Weil es ist gefährlich, man wird verletzt oder man ist nicht true oder man hat nicht das Selbstvertrauen, das man eigentlich haben müsste, um so zu leben. Und das wird dann gebrochen, dieses Problem von sehr vielen Hiphopern, die das Sexuelle dann so in den Mittelpunkt schieben, damit die Leute sich abreagieren können auf irgendeine Art und Weise, als wären sie sexuell eh frei, was sie de facto leider nicht sind. Deswegen brauchen sie die Musik, um das zu leben, weil sie es in der Realität nicht leben können. Und dann kommen sie schon in dieses, dann ist man schon so ein bisschen befangen, weil da gibt es halt Frauen, die mitgrölen, spritzen mir ins Gesicht wahrscheinlich und auf der anderen Seite sich eigentlich gewissermaßen einfach endlich mal von diesem Bild entfernen möchten. Wirklich. Und das kann mir auch nicht ganz mit. Da stehe ich auch da an dem, es gibt Sexismen, die werden so bagatellisiert, die werden in so eine Ecke gestellt, und wenn sie sagen, nein, das muss man mit Humor sehen, das ist ja nicht ernst gemeint. Aber die Performer, die das machen, also, keine Ahnung, das ist halt einfach schon ernst gemeint. Ich komme ja auch aus dem Hip-Hop, deswegen kann ich dazu auch was sagen. Also ich denke, ein grundsätzliches Problem ist, dass Sexismus in unserer Realität als Frau so allgegenwärtig ist, dass es halt, natürlich ist es dann auch in der Musik. Ja, natürlich. Das macht es natürlich nicht schöner, als Frau diese Musik sich dann auch anzuhören, aber ich finde, das ist auch dann nicht zwingend ein Grund auszumachen, weil du hast es überall. Also wenn ich wirklich sagen würde, ich blockiere alles, was mit Sexismus zu tun hat in meinem Leben, dann könntest du dich nicht mehr gut unterhalten. Dann würde ich mich zu Hause einsperren. Ja, 100%. Und ich glaube, daher rührt das dann. Und ich finde halt sehr, sehr wichtig, dass es, man spricht dann immer darüber, über die Männer, die Sexismen reproduzieren, aber man sollte eben auch darüber sprechen, warum die Männer so sind und dass die auch in einem Zwang sind. 100%. Die sind ja de facto eben gefangen und die glauben ja da, Stärke zu vermitteln und die denken ja dann auch, das kommt gut an und das tut es dann auch. Und das ist eh das. Die Frage muss man sich stellen, was würde man sich denn wünschen? Also ich versuche das, was ich mir davon wünsche, halt einfach zu machen in meiner Musik. Einen schmalen Grat zu finden, der schon auch bewusst, zum Beispiel bei Frisbee, kommt das Wort Busen vor. Ganz bewusst. Es ist der Busen der Natur, es ist der Busen meiner Mutter, die mich hochgezogen hat, es ist der Busen der Frau, die ich liebe, keine Ahnung, es ist irgendein Busen. Und er hüpft. Biologisch gesehen ist es möglich. Und der Punkt ist, mehr ist es auch vielleicht nicht, aber es ist trotzdem ein ganz schmaler Grind, dass die Band Bilderbuch dieses Wort und dieses da in diesen Kontext stellt, weil ich auch nicht einsehen möchte, dass ich nur aus Reaktion gegenüber Frust, dass das dort so Sodom und Gomorra mäßig gefeiert wird, möchte ich nicht komplett auf Sex verzichten, auch in meiner Darstellung. Hey, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit beiden Alben. Danke.